So, in Marienthal angekommen. Marienthal ist zum Beispiel der Regiostopp Wandsbek. Er heißt Wandsbek, weil das gehörte alles mal zur ehemaligen Stadt Wandsbek und jetzt ist Marienthal für sich. Auch einer von diesen wohlhabenden Stadtteilen. Vor zwei Minuten war ich noch Wandsbek Markt und jetzt bin ich hier in der Seitenstraße, Claudiusstraße, wie eine andere Welt. Das ist das Geile an der Großstadt. Wenn du es ruhig haben willst, hast du es ruhig. Wenn du Party haben willst, machst du Party. Es kommt wieder. Sieht hier im Ich bin mal, wenn du Pferd in der Mitte bist. Ich bin mal sehr glücklich. Ich bin mal sehr glücklich. Ich bin mal, dass du Pferd in der Mitte bist. da oben im sommer mit einem glas weißwein oder zwei oder drei oder vier oder fünf so 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 Danke.